Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich fand es sehr schön, dass auch aus anderen Ländern Leute da waren. Und ich finde es ganz, ganz toll, dieses Programm auch für die Kinder hier. Mein Studium ist fast 30 Jahre her und ich hatte viele Déjà-vu-Erlebnisse und muss aber sagen, das, was dort aufgebaut ist, das ist Alabonneur. Das gefällt uns beiden aus allem gut. Dass es überhaupt mal so diesen Tag gibt, ist cool. Und ich werde mir gleich noch eine Laborführung angucken und dann werde ich mir noch ein paar Stände hier angucken und die Ausstellung. Ich fand das spannend, dass die das ganz selbstständig machen, so ein Auto entwickeln, weil ich als Student das damals nicht hatte. Aber bei uns gab es Akkuschrauberinnen, wo man aus einem Akkuschrauber dann Maschinen gebaut hat. Und hier ist es eine ganz andere Dimension, das ist Formelstudent. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.